Hey, mein Name ist Christian und heute möchte ich euch den neuesten Saug- und Wischroboter von Roborock vorstellen, nämlich den Roborock S7. Nachdem Eco-Wax bereits im vergangenen Jahr einen Saugroboter mit verbesserter Wischfunktion vorgestellt hat, zieht Roborock in diesem Jahr nach und spendiert dem S7 die sogenannte Sonic Mob Wischfunktion, die durch eine oszillierende Platte Schmutzanhaftung noch besser von Parkett und Fliesen lösen soll. Des Weiteren kann genau diese Wischplatte durch Mob-Lifting angehoben werden, sodass auch ein Befahren von Teppichen mit feuchtem Wischtuch kein Problem darstellen soll. Wie mir der Roborock S7 in den vergangenen zwei Wochen im Praxistest gefallen hat und wie viel Gramm Schmutz pro Quadratmeter aufgenommen wurden, das zeige ich euch in den nächsten Minuten meines Videos, nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Im Lieferumfang des Roborock S7 befinden sich eine Bedienungsanleitung, das Netzkabel, die Wischplatte mit flauschigem Fließtuch, eine Basisstation und der Roboter an sich. Im Laufe des Jahres wird es für den S7 zudem noch eine Absaugstation geben, die man in ähnlicher Art und Weise auch schon von anderen Herstellern kennt. Aktuell beläuft sich die unverbindliche Preisempfehlung des S7 auf 549 Euro, beim Start gibt es ihn aber auch im Angebot für rund 430 Euro. Die Rückseite der Basisstation besitzt zwar kein integriertes Kabelmanagement, aufgrund eines Kabelbinders kann das Netzkabel jedoch relativ kurz gehalten werden, sodass es nicht auf dem Boden rumliegt. Des Weiteren sind auf der Unterseite der Basisstation gummierte Füße angebracht, damit selbige nicht wegrutscht. Der S7 besitzt einen Durchmesser von rund 35 cm, eine Höhe von 9,65 cm und ein Gewicht von 4,7 kg. Zumindest was Durchmesser und Höhe betreffen, liegt er damit im branchenüblichen Bereich, beim Gewicht hat er allerdings ein paar Gramm mehr auf den Rippen, was vor allem am großdimensionierten Akku von 5200 mAh liegen dürfte. Roborock gibt hier eine durchgängige Laufzeit von 3 Stunden ohne Wischfunktion und auf leisester Stufe an. Dies entspricht in etwa einer Reinigungsfläche von rund 300 m². Mit einem Fassungsvermögen von 300 ml ist der Wassertank zwar etwas kleiner bemessen als z.B. in einem vergleichbaren Eco-Wax Sauger, die Kapazität des Staubehälters mit 470 ml liegt jedoch etwas darüber. Mit einer maximalen Saugkraft von 2500 Pa liegt er definitiv im oberen Bereich. Wie auch die meisten anderen Sauger dieser Preisklasse kann der Roborock S7 eine maximale Höhe von 2 cm überwinden. Der auf der Rückseite befindliche Wassertank ist elektronisch geregelt, was bedeutet, dass die Wasserabgabemenge über die Roborock App bestimmt werden kann. So könnt ihr je nach Bedarf und Bodenbelag mal etwas mehr bzw. etwas weniger Wasser auf die Oberfläche loslassen. Losgelöst von diesem Wassertank ist der Wischmob, der über die Rückseite sehr einfach an den Roboter angedockt werden kann. Der maximale Freiraum bei angehobener Wischplatte und Boden beträgt jedoch nur knapp 9 mm, sodass auch beim Auffahren auf Teppichen mit etwas längerem Floor die Wischplatte darüber gezogen wird. Empfehlenswert ist das Anheben der Wischplatte und gleichzeitig Befahren von Teppichen daher nur bei Kurzfloorteppichen, die eine niedrige Höhe besitzen bzw. Outdoor-Teppichen. Neben diversen Absturzsensoren befindet sich auf der Unterseite noch eine Seitenbürste und die Hauptbürste, die gegenüber des Vorgängers und vergleichbarer Konkurrenzprodukte komplett anders designt wurde und aus einem sehr elastischen Gummi besteht. Auffallend ist, dass die Hauptbürste keinen Überfahrschutz besitzt, sodass ich davon ausgehe, dass aufgrund der Bauform der neuesten Hauptbürste keine Kabel eingezogen werden. Ich hatte damit im Testzeitraum überhaupt keine Probleme. Im hinteren Roboterbereich, also genau dort, wo auch die Wischplatte angesetzt wird, befindet sich die automatische Liftstation, die die Wischplatte automatisch absenken und bei Bedarf auch anheben kann. Dies wird allerdings erst bei einer aktiven Reinigung deutlich. Auf der Oberseite gibt es dann den federnd gelagerten Laserturm, der bei Reinigung eurer Räumlichkeiten diese Zentimeter genau einmisst und auch zu späteren Zeitpunkten genau weiß, wo er sich befindet. Ebenfalls federnd gelagert ist die Frontstoßstange, die im unteren Bereich zudem über eine kleine Gummierung verfügt, sodass Anstöße des Roboters den Gegenständen als auch dem Roboter an sich wenig anhaben können. Vor dem Laserturm gibt es dann drei Tasten, eine Home-Taste, eine Power-Taste und eine Kinder-Sicherungstaste. Öffnet man den Deckel, hat man Blick auf den 470ml großen Staubfangbehälter. Um natürlich den S7 bestmöglich nutzen zu können, empfiehlt es sich, entsprechende Anwendungen bei Apple oder Google herunterzuladen. Dabei handelt es sich aber nicht um die Xiaomi-App, sondern um die Roborock-App, bei der ihr euch ein Konto erstellen müsst. Nach Erfolg der Kontoerstellung geht die Anwendung vollautomatisch auf die Suche nach neuen Robotern und hat binnen weniger Sekunden den S7 detektiert. Folgend verbindet ihr den S7 mit eurem WLAN. Anschließend befindet ihr euch bereits auf der Startseite und könnt mit einer ersten Reinigung beginnen, die ich euch an dieser Stelle immer empfehlen würde. Dadurch wird nämlich eine Zentimeter genaue Karte eurer Räumlichkeiten erstellt, sodass auch später Räume bearbeitet oder Zonen definiert werden können. Nun aber auch schon zu den Funktionen der Roborock-Anwendung. Auf der Startseite findet ihr dabei sehr wenige, dafür aber auch selbsterklärende Punkte. Im unteren rechten Bereich könnt ihr den S7 vollautomatisch auf eine Reinigung schicken. All die Räume, die tatsächlich befahrbar sind, werden von ihm auch angefahren. Über diesen Punkt könnt ihr die Reinigung pausieren, über den Punkt andocken ihn wieder zur Station schicken. In der Live-Karte könnt ihr auch direkt verfolgen, wo sich eure Ladestation befindet, welche Bereiche der Roboter schon abgearbeitet hat und wo er sich aktuell befindet. Etwas weiter oberhalb findet man die Punkte Raum, Alles und Zone. Alles bedeutet lediglich, dass alle Räumlichkeiten angefahren werden, über den Punkt Raum können einzelne Räume gereinigt werden und über den Punkt Zone auch nur bestimmte Bereiche eines Raumes. Über den Punkt Karte bearbeiten könnt ihr bereits vorhandene Räume teilen, zusammenführen oder auch Sperrzonen einrichten. Geht ihr dann auf den darunter liegenden Punkt Saugen und Wischen, könnt ihr sowohl Saugleistung als auch Wischintensität bestimmen. Beide Punkte können dabei in 4 Stufen von leise bis maximal bzw. sanft bis intensiv geregelt werden. Die Saug- und Wischleistung kann aber auch hier für jeden Raum einzeln bestimmt werden, sodass z.B. Räume mit Fliesen etwas kräftiger mit Wasser gewischt werden, Räume mit Parkett mit etwas weniger Wasser. In den weiterführenden Einstellungen habt ihr dann noch die Möglichkeit Karten zu verwalten, so auch für mehrere Etagen und Teppicheinstellungen vorzunehmen. Besonders dieser Punkt ist interessant, da ihr hier bestimmen könnt, wie das Mob-Lifting vonstatten gehen soll. Zum einen gibt es den Punkt Anheben, der immer dann die Wischplatte anhebt, wenn ein Teppich erkannt wird. Beim Punkt Vermeiden wird ebenfalls der Teppich erkannt, aber nicht mit nasser Wischplatte befahren. Und beim Punkt Ignorieren besteht für euch die Möglichkeit, den Teppich selbst mit nasser Wischplatte zu befahren, so z.B. bei Outdoor-Täppichen. Ich möchte euch jetzt drei Praxisbeispiele eines abgestellten Hindernisparcours zeigen, die der S7 bewältigt hat und über Reinigungserfolge und mögliche Probleme berichten. Der Hindernisparcours hatte bei allen drei Szenarien die gleiche Größe. So musste der Roborock S7 eine Fläche von 4 Quadratmetern reinigen, auf dieser Fläche befanden sich in allen Szenarien eine Kommode und einen Blumentopf. Weiterhin wurden bei allen Reinigungsgängen 35 Gramm Haferflocken ausgebracht. Im ersten Reinigungsdurchgang musste der S7 ohne weitere Hindernisse im normalen Modus saugen und dem mittleren Modus wischen und nahm dabei innerhalb von 8 Minuten und 49 Sekunden insgesamt 34,8 Gramm Streugut auf. Die hohe zeitliche Komponente kommt aufgrund dessen zustande, dass in einer Art Schachbrettmuster diese Fläche befahren hat und so alle Bereiche doppelt angefahren hat. Bei normalen Reinigungsdurchgängen fährt er jedoch jede Strecke nur einmal ab und ist dadurch wesentlich schneller. Normalerweise benötigt er pro Quadratmeter zur reinigende Fläche rund eine Minute. Finde ich einen wirklich sehr guten Wert. Im zweiten Durchgang wurde der Parcours etwas verschärft und mit einem Kurzfloorteppich versehen, der eine Höhe zwischen 20 bis 22 Millimeter hat. Hier ist sehr schön zu sehen, dass er je nach Anfahrwinkel zwar den Teppich befahren kann, aufgrund dessen, dass er aber verschiebbar ist, keinen Gegendruck besitzt. Dadurch wird das Auffahren deutlich erschwert. Solltet ihr einen Kurzfloorteppich besitzen, der wesentlich größer und schwerer ist, so wird ein Befahren möglich sein. Die Reinigungszeit betrug hier 12 Minuten und 35 Sekunden bei einer Aufnahme von 15,9 Gramm Streugut. Zu guter Letzt habe ich diesen Kurzfloorteppich gegen einen Badvorleger getauscht, der deutlich flacher ist, dafür einen etwas längeren Floor und weichere Kanten besitzt. Auch hier ist es so, dass der Anfahrwinkel entscheidend ist und generell durch den S7 gemeistert werden konnte, aufgrund der zu weichen Ränder der Teppich jedoch meist nur umgeklappt und verschoben wurde. Diesen Parcours schaffte der S7 in einer Zeit von 11 Minuten und 24 Sekunden bei der Aufnahme von 22,6 Gramm Haferflocken. Ich muss dazu allerdings auch sagen, dass vor allem die letzten beiden Szenarien extrem schwierig für alle Roboter sind und nicht unbedingt dementsprechend, was man zu Hause vorfindet. So hatte der S7 zum Beispiel keine Probleme unseren Outdoor Teppich im Esszimmerbereich zu befahren und wirklich gründlich zu reinigen. Da ich bei diesem Testszenario auch noch keine Vergleichswerte habe, kann ich nicht sagen, ob der S7 mit der zeitlichen Komponente als auch der Aufnahme der Haferflocken in einem guten oder eher durchschnittlichen Bereich liegt. An dieser Stelle noch ein Wort zur Hinderniserkennung und Wischleistung der Sonic Mob Technologie. Je nach Bodenbeschaffenheit reinigt diese Wischtechnologie sehr gut, so zum Beispiel auf glatten Fliesen bzw. auf unserem Vinylboden. Auch merkt man eine bessere Reinigungskraft mit Erhöhung der Wasserabgabemenge und Intensität. Was ich jedoch auch feststellen musste ist die Tatsache, dass die Sonic Mob Technologie auf unseren Schieferfliesen deutlich weniger Auflage und Reinigungsfläche hatte als zum Beispiel ein D-Bot T8. Bei letztgenanntem empfand ich die Wischleistung auf Schieferfliesen deutlich besser. Da der S7 über kein Laser oder Videosystem im Frontbereich verfügt, ist die Hinderniserkennung nicht so gut wie bei vergleichbaren Produkten der Konkurrenz. So ist es in 99% der Fälle so, dass der Sauger Gegenstände anfährt und erst aufgrund dessen eben jene auch erkennt. Unterm Strich gibt es wie bei jenem anderen Saugroboter auch beim Roborock S7 für und wieder. Extrem gut fand ich auch wieder bei diesem Roborock-Modell die Navigation und Saugleistung. Vor allem die Tatsache, dass er aufgrund der neu modifizierten Hauptbürste keine Kabel einsaugt und die tatsächliche Saugleistung wirklich sehr gut war. Sofern ihr über glatte Fliesen, Parkett, Vinylboden und Laminat verfügt, ist auch die Wischleistung je nach Intensität wirklich in einem guten Bereich. Sollte der Boden jedoch unterschiedliche Erhebungen haben, so ist die Auflagefläche zu niedrig. Was er nicht hat, ich in diesem Preisbereich jedoch erwartet hätte, ist eine Hinderniserkennung, wie sie z.B. bei einem D-Bot T8 oder N8 zum Einsatz kommt. Hier kommt es immer wieder vor, dass Gegenstände angefahren und verschoben werden bzw. dadurch eben erst Gegenstände erkannt werden. Die Grundidee der Mob-Lifting-Technologie ist wirklich cool. Dafür muss man jedoch auch die passenden Teppiche im Haushalt haben, sodass sie auch wirklich Sinn macht. Aufgrund der recht geringen Bodenfreiheit von knapp 10 mm ist sie z.B. weniger bei Langflur oder etwas höheren Teppichen geeignet. Alternativ kann man hier aber auch ein Befahren der Teppiche in der App vermeiden. Wie auch bei jedem anderen Saugropater finde ich die UVP von 549 Euro am Anfang zu hoch. Geht er jedoch in einen Preisbereich wie beim Angebot in Richtung von 400 Euro, so ist es von mir aber auch eine absolute Kaufempfehlung.